Die Übung richtig ausführen, bevor ich sie schnell und ungenau ausführe. Ihr müsst euren Spielern vermitteln, klar machen, wie laufe ich richtig. Dass ihr euer Knie nach oben bringt, möglichst 90 Grad in der Hüfte und im Knie. Man kann tatsächlich das Laufen optimieren und dadurch natürlich auch die Bewegung im Fußball optimieren und dadurch natürlich auch den Spieler und euer Spiel optimieren. Bis zum nächsten Mal.